hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir ist freut mich wieder riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als allererstes gucken wir uns an wie der bitcoin es hinbekommen hat nicht nur über die 19.000 dollar zu springen sondern eben auch kurz vor den 20.000 dollar zu stoppen außerdem gucken wir uns an warum immer mehr firmen in den bitcoin einsteigen und ob nun endlich auch der institutionelle strom startet und zu guter letzt gucken wir uns noch an warum es wahrscheinlich noch knapp fünf jahre dauern wird oder könnte bis der digitale euro umgesetzt wird gucken wir uns das allererste thema an und hierbei geht es natürlich um den bitcoin preis der bitcoin konnte nachdem er ja um knapp 18 prozent gefallen ist wieder langsam ansteigen wir haben alleine am wochenende einen relativ starken anstieg verzeichnen können wir waren ja in der letzten woche bei knapp 16.300 us dollar und nun haben wir uns tatsächlich richtung all time high bewegt es gibt einige quellen die davon sprechen dass wir bereits ein neues all time high erreicht haben was aber faktisch nicht richtig ist denn aktuell liegt das all time high bei 20.089 us dollar und dieses all time high wurde am 17 dezember 2017 erreicht heute ist es so gewesen dass der bitcoin es innerhalb von einigen stunden hinbekommen hat auf knapp 19.800 us dollar anzusteigen eine super starke zahl die also hier erreicht wurde aber am ende fehlte immer noch ein wenig um das all time high tatsächlich zu knacken obwohl das wahrscheinlich nur noch eine frage der zeit ist wir sind nun wieder ein wenig konsolidiert und wieder in den unteren 19.000 dollar bereich gefallen aber ich persönlich glaube nicht dass es jetzt noch mal einen rapiden abschwung richtung 16.000 dollar oder ähnliches geben wird und vor allem der letzte monat ist sicherlich noch mal deutlich spannender mit dem potenzial der institutionellen investoren und eben auch der anderen großen events über die wir bereits in den letzten tagen häufiger gesprochen haben große unternehmen die eben auch in zukunft den bitcoin handelbar machen werden außerdem gab es eine cme future lücke von 1300 us dollar die vermeintlich dazu geführt haben oder hätte können dass also der markt einbrechen wird in dem fall haben sich glücklicherweise die käufer unbeeindruckt gezeigt und dadurch konnte der bitcoin noch mal massiv ansteigen und der marktanalyst michael van de popp der hat dazu folgendes gesagt jetzt liegt der entscheidende bereich bei 18.200 us dollar der letzte wendepunkt vor einem allzeithoch ist der widerstand zwischen etwa 18.600 und 18.900 us dollar das wichtige ist also nun dass wir unbedingt über den bereich von 18.200 us dollar bleiben und im besten fall natürlich auch den widerstand 18.900 dollar in dem fall langfristig überwinden um dann am ende diese zone zu einer unterstützung zu machen und dann sollten wir es eigentlich hinbekommen in der nächsten zeit die 20.000 us dollar anzugreifen und im besten fall natürlich auch weiter zu steigen um also hier wieder unterstützungs niveaus aufzubauen um dann also im besten fall nicht nur das alter im hals übertrumpfen sondern dieses massiv zu überspringen und das wäre natürlich eine wunderbare neuigkeit da der bitcoin deutlich besser aufgestellt ist als er es in den letzten jahren waren der bitcoin funktioniert besser denn je und ist gerade in der aktuellen geldpolitischen lage sicherer denn je wenn wir uns gerade die eigenschaften als wertaufbewahrungsmittel ansehen und ich glaube dass wir deswegen unglaublich viel potenzial in den nächsten jahren sehen werden und darauf freue ich mich persönlich riesig was haltet ihr von dem anstieg auf über 19.000 dollar und glaubt ihr dass der bitcoin es hinbekommen wird in den nächsten tagen auch die 20.000 zu knacken schreibt es gerne mal unten in die kommentare falls ihr euch grundsätzlich mit dem thema bitcoin und kryptowährungen auseinandersetzt dann solltet ihr euch auf jeden fall die ersten beiden links in der video beschreibung angucken zum einen habe ich euch absolute bitcoin pflicht lektüre verlinkt und zusätzlich habt ihr nur noch heute die möglichkeit 40 prozent auf eure ledger wallet bestellung zu sparen das ist der zweite link in der video beschreibung deswegen checkt das auf jeden fall aus wenn ihr ein sehr sehr gutes hardware wallet sucht gucken wir uns das zweite thema an und hierbei geht es um die institutionellen investoren es gab bereits häufiger sehr sehr viele aussagen dass die kaufkraft von institutionellen investoren dazu führen wird dass wir das all time high nicht nur erreichen sondern übertrumpfen sollten aktuell sieht es so aus als würden die institutionellen investoren die also langsam in den markt kommen tatsächlich diesen prozess massiv unterstützen wir haben es bereits in den letzten monaten schon häufiger durchgekaut micro strategy hat ja angefangen zu investieren square hat angefangen zu investieren paypal bietet in zukunft 2021 wahrscheinlich in europa eben auch die möglichkeit an mit dem bitcoin zu bezahlen was also über 350 millionen kunden betreffen wird und über 30 millionen händler weltweit und das sind natürlich wunderbare neuigkeiten außerdem sehen wir natürlich auch dass sehr sehr viele metriken nun zeigen dass also institutionelle investoren angefangen haben kapital in den markt zu investieren das ganze wurde nun auch noch mal in der us finanzzeitschrift barons zusammengefasst denn hierbei geht es vor allem in dem bericht um größere investitionen die getätigt worden sind um in den bitcoin also hier zu investieren und dort fuß zu fassen und scheinbar hört das ganze thema nicht auf denn es gibt nun einen weiteren großen konzern der also in das bitcoin segment hier einsteigen möchte in dem fall geht es also um makro opportunities von von guggenheim die also bis zu 500 millionen us-dollar in den bitcoin schaffst von grayscale investieren wollen das ist also maximal bullisch und dazu hat der crypto forscher kevin rogue folgendes veröffentlicht guggenheimers makro opportunities von in höhe von fünf milliarden us-dollar will in bitcoin investieren am freitag reichten sie bei der sec eine änderung ein die es ihnen erlaubt bis zu zehn prozent ihres fonds in gbtc zu investieren eine zehnprozentige investition wäre 487 millionen us-dollar wert und wäre mehr als 200 millionen us-dollar größer als ihre nächstgrößte position es zeigt also ganz klar was für einen positiven einfluss solche großen börsen und notierten unternehmen haben die also angefangen haben in den bitcoins zu investieren microstrategies hat bereits in der vergangenheit vorgemacht sie haben ihre bargeldbestände zum gewissen teil in den bitcoin investiert weil sie daran glauben dass der bitcoin langfristig funktionieren wird und dass er eben als wertaufbewahrungsmittel zusätzlich einige vorteile bietet für ein großes unternehmen und das scheinen eben immer mehr institutionelle investoren zu erkennen und das sind natürlich nicht die einzigen raul pahl hat bereits in der vergangenheit häufiger darüber gesprochen dass es in zukunft einen beispielslosen ansturm institutioneller gelder kommen oder dass es dazu kommen wird in dem fall ist es also nur noch eine frage der zeit bis der bitcoin die 20.000 us-dollar knackt und dass wir dann noch weiter steigen scheint auch realistisch zu sein jedenfalls laut raul pahl denn der sagte folgendes wenn ich konservativ wäre würde ich 150.000 us-dollar sagen im schlimmsten fall 150.000 us-dollar im besten fall oberhalb von 250.000 us-dollar ich meine suchen sie mir einen anderen trade in der welt der so aussieht in dem fall spricht also gerade davon dass der bitcoin in dem aktuellen bitcoin zyklus also einen preis zwischen 150 und 250.000 dollar erreichen sollte das wäre natürlich extrem bullische zahlen und würden natürlich dazu führen dass sehr sehr viele anleger sehr sehr viel geld verdienen würden ich persönlich würde mich riesig darüber freuen möchte mich aber hier nicht festlegen denn solche zahlen sind gigantisch sehen aber aktuell sehr unrealistisch aus aber am ende hoffe ich natürlich dass ich mich täusche und dass der bitcoin es tatsächlich hinbekommt solche niveaus überhaupt im einsatz zu erreichen was haltet ihr von den ganzen aussagen und glaubt ihr dass institutionelle investoren den bitcoin weiter ansteigen lassen werden schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns das letzte thema an hierbei geht es um das thema mit dem digitalen euro wir haben bereits darüber gesprochen dass es wahrscheinlich durch die ezb eine entscheidung 20 21 geben wird ob man also in zukunft weiter an einem digitalen euro an einem sogenannten cbdc arbeiten wird das ganze wurde nun von einem europäischen zentralbanker kommentiert denn scheinbar ist es so dass wir mindestens fünf jahre davon entfernt sind dass man sich also mit dem thema weiter auseinandersetzt beziehungsweise sogar umsetzt in dem fall könnte es aber natürlich aufgrund des globalen wettbewerbs änderungen geben das ganze muss aber sich jetzt erstmal zeigen wie man dann eigentlich weiter verfährt aktuell ist es wohl so dass sogar ein proof of concept knapp vier bis fünf jahre weit entfernt ist man möchte zwar in zukunft digitaler werden aber dennoch ist die erste aufgabe wenn man sich die sachen anguckt und wenn man sich die aussagen von verschiedenen persönlichkeiten anguckt vor allem erstmal das dass man versucht zu verstehen was die besonderheiten eines digitalen euros eben wären und die echte implementierung die wird dann noch mal etwas verschoben wir haben hier außerdem eine person von der europäischen zentralbank die sich zu dem ganzen thema geäußert hat und in dem fall geht es also vor allem um das thema wie also die ezb den euro in das ökosystem einarbeiten kann und wie er mit geschäftsbankgeldern zusammenarbeiten kann wir sehen also definitiv eine menge unsicherheit in dem ganzen thema und eben noch wirklich keine entscheidungen natürlich wurde das ganze thema immer beliebter durch das thema der pandemie man hat hier also dringenden tatendrang heraufbeschworen dennoch scheint es so zu sein als müsste man erst einmal die ganze bürokratie durcharbeiten und vor allem diese ganzen sachverhalte verstehen und das ist eben bezogen auf die ganze eu in dem fall ist das ganze thema dann sicherlich in europa etwas schneller als in deutschland das ist ja ganz klar aber deutschland ist eben noch mal deutlich langsamer als die anderen europäischen länder in der regel jedenfalls denn hier haben wir noch mal ganz andere auflagen und ganz andere gesetze die wir einhalten müssen und vor allem wenn wir mal richtung schweden gucken dort ist es ja aktuell so dass wir also ein land haben das mit am wenigsten bargeld überhaupt ausgibt was also deutlich realistischer wird dass dort auch ein digitaler euro oder beziehungsweise in dem fall digitale kronen umgesetzt werden wobei aber das ganze thema trotzdem extrem komplex ist und deswegen versucht man auch hier alles ordentlich durchzuarbeiten und das wird ebenfalls einige jahre noch dauern deswegen gehe ich davon aus vor allem nach den aussagen der EZB dass wir wohl erst 20 25 vielleicht in der lage sein werden einen digitalen euro zu benutzen ich bin sehr gespannt ob es dann tatsächlich noch soweit ist und dazu kommen wird denn aktuell sieht es ja nicht wirklich gut aus wobei aber natürlich die zeit dann am ende das ergebnis auch zeigen wird gut ich hoffe euch hat dieses kurze und informative video gefallen falls es so war würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erst mal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder ciao tschau tschau Bis zum nächsten Mal.